Hallo und Herzlich Willkommen zurück bei Tales of Arise. Wir wollen... Wir kamen von da, glaube ich. Kamen von da? Nein! Hülle der Einsamkeit. Ich glaube, da sollen wir gar nicht rein. Hülle der Einsamkeit? Verdammt. Äh... Ich glaube, da sollen wir nicht hin. Aber wenn wir einmal hier sind, nehmen wir erstmal hier den Pfeffer mit. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Natürlich würde ich gerne hier hin, aber ich glaube... Ich glaube Rollen... Rollenspiele sind so aufgebaut, dass man in jedes Gebiet kommt, oder? War das so? So, hier ist auch die ganz schrecklich... Stimmt, jetzt können wir alles nochmal einsammeln. Tut mir jetzt aber leid, Leute. wir werden. eigentlich? Es geht weiter! queen Das Ganze r toilm Petersen! them und die und die her sie da Oh nein, sie trifft nur einen? So, wir müssen natürlich auf sämtliche Dinge achten hier, damit wir auch, ja, die Eulchen mitnehmen, alle. Hä? Okay, ach, da müssen wir hin, okay, äh, hier gibt's auch, ach, hier was, ab, okay, komm, das schaffen wir. Ach, aber die Kreide Richtung. Oh, ist er tot? Oh, ist er tot? Oh, Schiol, du hast dich getroffen. Ach, jetzt hat er plötzlich getroffen. Was soll das denn? Da müssen wir hin. Ja, sie weiß, dass wir da hin müssen. Aber... Filze. Filze. So. Ach, das war's schon. Okay. Hier ist irgendwo eine Treppe, aber wo? Und hier kamen wir, oder? Ach ne, hallo ihr zwei! Zwei kleine Zeugen, wieso heißen die die eigentlich wohl? Oder? Parallix-Stein, okay. So, hier eulen, 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 da brauchen keine Eulen vergessen. Das ist da oben, da gehen wir natürlich auch hoch. So, oh, ein Säckchen. Apfel oder, ach ne, 100 galt. Ach, ich wollte auch runter springen. So. Ach, hier kann man auch hoch, da gehen wir doch mal hier hoch. Wir suchen noch, huhu, huhu. Okay, hier geht's nicht weiter. Wienchen. So. Hier könnte glatt ein Platz für eine Apfelgelie sein. Okay, gut, da kommen wir leider nicht rein. Okay. Oh, okay. Oh, okay. So. So. Oh, wir sind wieder am Anfang. So. Aber hier ist auch leider kein Karten mehr. Also anscheinend hat sich nicht alles, wenn du wieder zurückgedehnt. Hier noch zwei Wölfe. Ja, die kannst du ja durchstoßen, wenn du das möchtest. So. Lieber Eisenmasker, machst du eigentlich deine Maske ab. Ich hab dich schon gesehen. Halten darf ich schon. So. 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 Hört auf, die arme Shiyuna anzugreifen. Was soll das denn? Neun Treffer. Oh, wir müssen bald mal wieder... Natürlich haben wir gewonnen. Bitte dich. Trin ist es natürlich schon mal da. Ja, wir müssen leider uns mal einen Dingsbum suchen. Ich glaube, wir haben jetzt aber auch hier alles. Abgesucht, oder? Ja, hier waren wir oben, da waren wir drin. Hier hinten waren wir, glaube ich, auch. Gut, wir rennen mal hier lang und hoffen mal, dass wir irgendwann ein Lagerfeuer finden, in dem wir uns mal ein bisschen ausruhen können. Waren wir da hinten schon? Ne. Hallo, ihr Süßen. Okay, 24. Hier ist es. Eisenkraut. Wenn man es benutzt, wer es ist, beruhigt seine Nerven und er geht schneller auf die Farbe. Oh, das ist ein Katzenschwanz. Das ist ein Katzenschwanz. Falsch. Ach, wir sind so süß. Wir haben uns einen Katzenschwanz. Hier ist leider nichts. War absehbar, oder? Wir gehen mal am besten dahin, wo wir überhaupt irgendwo wirklich hingehen sollen. Äh, okay, das wäre tot. Äh, das wäre nicht gut. Wo kam die denn? Ich bin sofort. Hey, ach da. Okay, hier ist leider kein Lagerfeuer. Schnellreisestandort hinzugefügt. Aber das klappt schon irgendwie. Was sind denn die Robots? Wie kommst du in die Linie? Oh, das ist jetzt gekämpft. Okay, Mann. Omaera! Ach, mach, mach! Pianz musste nie in die Linie! Erился. Er ist noch eine Lagerfeuer. Där ist noch nicht... Der Er ist noch eine Lagerfeuer. Er ist noch nicht in die Linie. Er ist noch ein Lagerheuer. Wir haben halt echt ein Problem. Keine AP mehr. Oh, die Kinder. Ich, ich weiß nichts wirklich. Bitte bringt mich nicht um. Ich lege dich an. Deshalb habe ich gesagt, ihr sollt keine Ärger machen. Ihr habt keine Chance gegen die zu gewinnen. Aber wir haben überhaupt nichts getan. Warum lassen sie es an uns aus? Du weißt warum. Das ist die Schuld dieser Karmersin-Kräne. Ihre Rebellion macht den Rest von uns Schwierigkeiten. Du machst ihnen Vorwürfe, sie versuchen ein besseres Leben für uns alle zu schaffen. Ja, der weiß Bescheid. Wieso sagen die nicht? Eisenmaske. Hey, Eisenmaske. Ey, hier haben wir doch angefangen. Gut, da kann man nicht hin. Ja, hier hat es alles angefangen. Verdammt, wir halten die Füße still und tun, was uns gesagt wird. Und das ist der Dank. Sie haben uns nicht mal angehört. Sie haben sie einfach ohne zu zögern umgebracht. Hä? Warte mal, wir müssen uns jetzt irgendwas reinhauen hier. Ich glaube, jetzt wird das nichts mehr. Kleines Sümmchen. Nein, wir haben nichts. Schade. 400 KB. Okay. Äh, ich glaube, wir schaffen das auch so. Klar, das ist nur einer. Das schaffen wir schon. Ah, ich glaube, das ist cool. Aha. Bam, ey. Für den guten, ey. Ich glaube, ich glaube, dann lang. Ja, ich glaube, das ist derjenige, Das ist nicht so, was ich? Das ist ... Ich werde mich nicht mehr so verletzen. Das ist ein Schweres. Aber ich werde nicht so gut sein. Ich werde mich nicht mehr so verletzen. Ich werde mich nicht mehr so verletzen. Ich habe mich schon ... verletzelt. Ich werde mich nicht mehr so verletzen. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, dass ich mich nicht in der Vergangenheit war. Deswegen... Ich werde mir alles für mich verletzen. Ach so... Ich werde mich nicht vergessen. Du hast einen Geist. Du hast einen Geist. Du hast einen Geist. Du hast einen Geist. Doch, ich habe noch keine Ahnung. Ich werde die Worte mit ihr sehen. Doch. Ich habe mich verletzt. Ja. Ich werde das. Ich habe mich sehr, was ich zu sehen. Ich habe mich gezwungen. Ich habe mich gezwungen. Kehren nach Ulzbeck zurück. Oh, hier, William. Das ist doch Andreas Kohl. Warum, warum müssen die Renea so grausam zu uns sein? Haben wir ihnen etwas getan, angetan? Haben wir etwas Falsches getan? Weißt du, warum Eisenmaske? Ich verstehe es einfach nicht. Niemand versteht das Kohl. Okay, wir sollen wieder zurück. Kohl, die gar nicht so gut. Hallo. Oh, verrein. Es sind ja wieder zwei. Shit, das kämpft man gar nicht so gut. Eie, das war auch klappert. Ich sehe, wo ich übrigens viele getroffen habe. Wenn deiner Gruppe die GHP ausgehen, kannst du keine Heilungs- und Unterstützungsarzt mehr wirken, um HP wiederherzustellen, nächtiger im Gasthaus oder in einem Lager. Oh, hä? Wir waren hier gar nicht drin? Rezept für Grillfilze? Können wir nicht einfach hier schlafen? Das ist doch ein Lager. Hm, nächtiger in einem Lager. Ich brauche erstmal ein Lager. Hm, sollen wir mal eine Schnellreise machen? Ja. Ist auch ein Lager, oder? Wenn man sich mal kurz hinsetzen und rausruhen kann. Hm, nee. Dann gehen wir eben halt zurück nach Ulzbeck. Ja. Ich bin schon auf der Seite. Ich bin alle bereit. Ich bin schon mal bereit. Ich habe nichts gehört. Ich kann mich nicht sehen, dass du dich verletzt. Ich kann mich nicht verstehen. Ich bin ein... 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 Wenn du so einen eigenen Wachord aufschraubstst, dann... ... das auch... ... und jetzt... ... du bist so weit im Gehen... ... und du... ... was du... ... auf dem... ... ich selbst... ... 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 Äh... Hey, Eisenmasker, hast du vielleicht einen Moment? Hey, Düron. Womit kann ich dienen? Na ja, seit du hier bist, hast du ja ständig gekämpft, oder? So langsam mache ich mir Sorgen um den Zustand deiner Waffe. Schließlich triffst du bald Ballseff gegenüber. Wer weiß schon, welche Tricks er auf Lager hat. Du musst bestens vorbereitet sein. Zum Glück haben wir einen Schmied vor. Ihr solltet euch mal ansehen, was er gefärbt hat. Schon gut, ich werde daran denken. Quest begonnen. Schmieden ganz von vorn. Der gerade angenommen Quest Anzeigepriorität geben. Ja. Weiß ich. Ja. Sprich mit sie, wie berat dich mit dem Schmied im Gasthaus. Äh, ja. Wir müssen auf jeden Fall ins Gasthaus gehen und erst mal schlafen. Na, da ist das Spiel, okay. Ich möchte gerne rasten. Ja, nein, ich will nicht kochen. Rasten? Nein. Arbeite draußen nicht zu hart. Alles klar, werden wir tun. Na. Oh. Ja, Dürren hat mich schon aufgeklärt. Ich mache nicht nur Werkzeuge für Bauern, sondern auch Waffen, für die Kammersinkriehen. Da es hier um dich geht, muss ich einfach helfen. Ich schmiede euch die besten Waffen, die ich mit den Materialien, die ich habe, fertigen kann. Haha. Irgendwie ist das doch viel besser, oder? Ah, nein. Ich habe aber auch keinen Astralkorn. Gut, dann machen wir eben halt erstmal das hier. Okay. Ja gut, bei ihr haben wir nur das. Ach, nee, das können wir nicht. Astralkristall. Ach, das primitive Schwärze sieht so cool aus. Das hätte ich gern. Wir können ihr leider nichts schmieden. Verkaufen? Alle Handelswaren verkaufen? Eisenstück? Ja. Okay. Gegengiftstein. Hm. Also, was hältst du davon? Gar nicht mal so übel. Das ist das Beste, was ich dir derzeit bieten kann. Bring mir mehr Materialien, ich mache dir was noch Grandioseres. Das ist schon ziemlich grandios. Ich wüsste nicht, dass Zeugelteile so vielseitig sind. Danke, freut mich, das zu hören. Ich überlasse den Rest dir. Mach Reena die Hölle heiß und befreie uns. Ja. Das ist der Plan. So. Ja, ich auch nicht. Für mich ist es so schwer. Und damit vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund. Und morgen geht es natürlich weiter hier. Und wir werden die nächste Quest vermutlich annehmen mit unserem neuen wunderbaren Schwertchen, was wir hier jetzt haben. Aber ich drücke jetzt mal direkt Pause, damit unser Essenszeichen da drüben nicht abfällt. Was irgendwie seltsam ist, dass er nicht abfällt, weil es sind doch schon 19 Minuten vergangen. Es ist sehr seltsam. Naja, auf jeden Fall. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.